Wie lange kann es noch so weiter gehen, das fragst du dich, wenn du auf Nvidia, Bitcoin oder allgemein den Aktienmarkt schaust. Und damit herzlich willkommen, ich bin euer Thomas aka Sparkojote. Ja, der S&P 500 ist kurz vor den 5200 Punkten, das ist ein absolutes Rekordhoch, wir waren noch nie an der Börse so hoch bewertet. Der Bitcoin steht kurz vor den 70.000, es würde mich nicht wundern, wenn dieses Video online geht, dass er schon die 70.000 US-Dollar-Marke geknackt hat. Und mein Aktienportfolio ist bei 766.900 Franken. Innerhalb kürzester Zeit viele Gewinne, Kurssteigerungen und Co. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie lange kann das noch weiter gehen, kann das überhaupt Sinn ergeben, dass man so viel Rendite in so kurzer Zeit macht oder wird die Blase irgendwann platzen. Das werden wir uns heute etwas genauer anschauen und auch meine Meinung dazu kundtun, wie ich gerade den Markt sehe. Bevor wir aber loslegen, lasst gerne einen Like da und subscribt den Kanal, denn dann werdet euch weitere solcher Finanzvideos vom Algorithmus empfohlen. Ja, Nvidia mit fast 930 Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme explodiert enorm über die letzten Monate hinweg. Das sieht man auch an dieser praktisch senkrechten Kurve, die wortwörtlich in einem 75, 80 Grad Winkel nach oben schellt. Und wir haben auch über die letzten, ja ungefähr 5 Jahre knappe 2360 Prozent an Rendite gemacht. Das ist wirklich extrem, extrem heftig. Das ist eigentlich eine Überfahrt 20-Fachung von diesem Investment. Und wenn man sich auch meine Investment-Historie mit Nvidia anschaut, ich bin 2017 im Februar eingestiegen. Somit habe ich aktuell über 3000 Prozent Rendite auf meine Nvidia-Position, was eine Überfahrt 30-Fachung entspricht von meinem Investment. Das ist also sehr, sehr, sehr krass, sehr, sehr, sehr wild, wenn man sich das alles anschaut. Und es sieht auch nicht so aus, als würde Nvidia aufzuhalten zu sein. Nvidia bewegt sich langsam, aber sicher vom dritten Platz des, oder der größten Unternehmen, was die Marktkapitalisierung angeht, bald zum zweiten. Apple ist aktuell auf dem zweiten Platz, Microsoft auf dem ersten Platz. Das bedeutet, es könnte gut möglich sein, dass Nvidia in naher Zukunft vielleicht auch Apple einholt, vielleicht aber auch nicht. Also das ist wirklich gerade eine sehr spannende Zeit, in der wir leben. Ich nutze gerade auch mal diesen kurzen Moment auch noch, um auf eine Aktion aufmerksam zu machen. Aktuell kriegt ihr, wenn ihr noch kein Aktiendepot habt, bei Swissquote 200 Franken Trading Credit, wenn ihr dort ein Depot eröffnet. Checkt gerne unten in der Videobeschreibung alle Infos ab. Ihr könnt euch nämlich mit dem Link und dem Code mkt-sparkoyote euch 200 Franken Trading Credit sichern. Für mich ist das vor allem ein großer Punkt, warum mich das Ganze auch betrifft. Ich habe nämlich seit 01.01.2024, und das sind jetzt gerade mal 65, knapp 70 Tage, 116.000 Franken an Gewinn verbuchen können in meinem Investmentportfolio. Das sind im Schnitt mehr als 2.500 Franken pro Handelstag, der eben an der Börse offen ist. Und das ist schon sehr wild, wenn man sich das mal überlegt. Aktuell ist es so, man schaut ins Portfolio rein und einen Tag später ist die Zahl um einige Tausend Franken oder Hunderte von Franken oder auch Zehntausende von Franken gestiegen. Abhängig natürlich davon auch, wie groß euer Portfolio ist und in was ihr investiert seid. Das sieht man auch an meiner Kurve über die letzten 10 Jahre, ich bin seit einem Jahrzehnt Investor, wie die Kurve jetzt insbesondere Ende 2023 und Anfang 2024 praktisch gerade nahezu senkrecht nach oben geht. Ich meine, schaut euch mal den Bereich vom Januar 2024 an. Und wo wir gerade jetzt stehen, ihr könnt da gerne einen Zirkel oder irgendeinen Maßstab hinsetzen. Das ist irgendwie ein 70, 80 Grad Winkel, schnurstracks geradlinig nach oben. Nicht irgendwie zickzack oder so, wie das zum Beispiel 2021 der Fall gewesen ist, wo wir halt schon eine gute Linie nach oben hatten. Die Chart-Techniker würden hier jetzt gerade sagen, ein klarer Trend erkennbar ist. Aber hier ist der Trend halt jenseits von Gut und Böse in diesem ersten Quartal 2024, weil du kannst den Maßstab hier hinsetzen. Und das würde bedeuten, man wäre im Prinzip innerhalb bis Ende des Jahres, wenn es so weitergeht, mit dem Portfolio bei über einer Million. Und ich meine, wir stehen ja auch jetzt schon kurz vor den 800.000, was eigentlich absolut super, super wild ist. Dazu aber später nochmal am Ende einen kleinen Aha-Moment oder einen kleinen Aha-Effekt, der euch tatsächlich auch verwundert, genauso wie er mich verwundert hat, währenddem ich dieses Video vorbereitet habe. Wie steht es nun um dein Portfolio? Würde mich extrem interessieren, wie du das Jahr 2024 erlebt hast mit deinem Portfolio, wie du mit deiner Rendite umgehst. Ich persönlich sehe halt meine Asset der Location, dass insbesondere der Krypto-Part von vor einigen Monaten 3-4% auf mittlerweile fast 10% angestiegen ist. Jetzt ist hier natürlich die Frage, soll man rebalancen, umschichten, macht das Sinn? Auch in dem Kontext, wenn ich mir die Nvidia-Position anschaue, die Nvidia-Position wird immer größer, größer und größer und wird irgendwann vielleicht auch 20% vom Portfolio ausmachen. Und dann ist halt die Frage, irgendwann hat man ein Klumpenrisiko, realisiert man gewisse Gewinne, um dann auch entsprechend tatsächlich das Ganze wieder umzuschichten, um etwas mehr Stabilität ins Portfolio reinzubekommen, um unter Umständen natürlich Rendite zu verpassen, aber gleichzeitig den Drawdown gegen unten, falls Nvidia oder Bitcoin oder andere Investments crashen sollten, einfach schon einige Gewinne in den sicheren Hafen genommen hat. Das sind jetzt alles Fragen, die mir im Kopf schwirren, wo ich jetzt noch keine konkrete Antwort direkt habe, wie ich das genau umsetzen werde. Aktuell sehe ich noch keinen wirklichen Grund, in Aktion zu treten und Teilgewinne zu realisieren. Das kann sich aber über die kommenden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder über einfach das kommende ganze Jahr 2024 durchaus auch noch ändern. Und dann, abhängig davon, wie krass sich das Ganze entwickelt, sollte sich zum Beispiel eine Nvidia so krass aufarbeiten, wir sind jetzt gerade aktuell bei 2,3, 2,4 Billionen Market Cap, das ist wirklich crazy, sollte sich das Ganze noch einmal verdoppeln, also auf knapp 1800 Dollar, dann würde das bedeuten, das Unternehmen ist größer als Microsoft und das größte Unternehmen, was Marktkapitalisierung angeht, auf der ganzen Welt. Und dann ist natürlich die Frage, okay, meine Position wird dann wahrscheinlich von 15% auf 25, knapp 30% ansteigen und dann stellt sich mir die Frage, okay, dann schichte ich vielleicht um, weil wir dann ein Klumpenrisiko haben. Das sind alles Dinge, die ich mir offen lasse, aber da müssen wir uns erstmal noch in Richtung 20% vom Gesamtportfolio bewegen und da sind wir doch noch ein gutes Stückchen von entfernt zum Glück, wo ich sage, hey, das ist wirklich ein massives Klumpenrisiko. Und jetzt der Funfact zum Schluss. Ich habe dieses Video ja vorbereitet, ich habe hier schön auf Papier diese ganzen Daten für euch ready gemacht, um einfach diese Zahlen und Fakten auch zu haben. Und ich habe euch am Anfang des Videos ja gesagt, hey, mein Portfolio ist 766.900 Franken groß. Innerhalb dieser Recherche und dem Zusammentragen der Informationen und jetzt kurz bevor ich das Video aufgenommen habe, ist vielleicht drei, vier Stunden vergangen. So, der Stand vom Portfolio jetzt gerade, wo ich kurz bevor ich das Video aufgenommen habe und das ist alles am selben Tag, 773.242. Also innerhalb von Recherche aufschreiben, Zusammentragen von Informationen bis hin dann Aufnahme starten und das ist halt vielleicht eine Stunde, zwei, einfach ein halber Arbeitstag, hat sich mein Portfolio um über 6.000 Franken nach oben bewegt. Hier ist natürlich, muss man fairerweise sagen, ja, was ist hier passiert? Die amerikanischen Börsen sind aufgegangen, genau in diesem Zeitraum. Das heißt auch Aktien wie Nvidia oder auch andere US-amerikanische Aktien bewegen sich am Aktienmarkt und wenn vorbörslich, vor allem jetzt bei Nvidia gerade aktuell viel passiert, dann ist natürlich immediately ein Push. Hier möchte ich an dieser Stelle einfach gerade nur sagen, ja, wie lange kann das noch so weitergehen und an den Anfang knüpfen. Es ist einfach nur absolut verrückt, dass ich mehrmals pro Tag ins Portfolio reingucken kann und mehrmals sehen kann, wie sich das Portfolio um mehrere tausend Franken erhöht. Ja, es ist kein Ding der Unmöglichkeit, dass ich mal mein Portfolio innerhalb von einem Tag um 15.000 oder um 10.000 mittlerweile erhöht, weil das nur noch 1, 1,3, 1,5 Prozent Bewegungen sind. Und es ist wirklich sehr wild, aber eine Tagesbewegung von 1 Prozent, 1,5 Prozent ist eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich nachhaltig. Das wird langfristig nicht funktionieren. Irgendwo wird dieser Bullenmarkt, zumindest mit diesen einzelnen Aktien, Nvidia-Tech-Werten, AI-Hype, aber auch Bitcoin, Krypto und Co. zu Ende sein. Nur die Frage ist wann. Und diese Antwort überlasse ich euch. Schreibt gerne in die Kommentare, wie lange, denkt ihr, kann das noch so weitergehen? INBLESS ENDE BINB TAU